2.800 Aussteller aus über 60 Ländern treffen auf 70.000 Besucher aus über 120 Nationen. Auch 2017 trifft sich die Welt der Spielwaren in Nürnberg. Wir von MesseblickTV sind mitten im Getümmel, wollen wissen, was die Trends der Saison sind und wer die coolsten Innovationen im Betto hat. Also die Smart Toys, die sind immer mehr am Kommen. Dash ist ein Roboter, mit dem Kinder programmieren erlernen. Kakerlacken Salat, Kakerlacken Poker und wir kommen jetzt mit Kakerlacken Duell. Seien Sie mit dabei auf MesseblickTV.